Wenn dein Job dich ziemlich fordert, dein Boss dir gerade nicht helfen kann, Wo ist mein Geld? Deine Freunde schon besser drauf fahren, Es geht's dir gut? Es geht mir gut, ja! Und auch ansonsten alles schief läuft. Oh Gott, ich rieche nachher Brommern an ich irgendwann schon mehr. Ich gehe mir die Tiere putzen. Schickt das Leben manchmal einen Retter. Oder auch nicht. Das Glück hat seinen eigenen Kopf. Vor allem in Las Vegas. Die neue Staffel. Deutschland Premiere. Mittwochs, 21.05 Uhr auf Fox. Özell